Liebe Brüder und Schwestern im Islam, ich begrüße euch erstmal mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ich freue mich sehr hier in Hamburg zu sein. Und vor allen Dingen freue ich mich sehr, so viele junge, strahlende, leuchtende Gesichter zu sehen. Alhamdulillah, sicherlich haben einige davon gehört, dass jetzt der Zentralrat der Ex-Muslime gegründet worden ist. Aber Alhamdulillah, wie viele Leute sind zum Islam übergetreten, Alhamdulillah. Aber das ist ein gutes Zeichen, denn immer wenn sowas ins Leben gerufen wird, das ist ein Zeichen dafür, dass der Islam am Aufleben ist. Vor 5, 6, 7, 8, 19 Jahren brauchte man das noch nicht. Aber da die Menschen jetzt in Scharen in den Islam übertreten, Alhamdulillah, muss man jetzt mit irgendeiner Gegenstimme kommen von irgendwelchen Leuten, die der Islam sowieso nicht braucht. Leute, die sowieso keine Ahnung von Islam haben. Alhamdulillah. Ich habe mir einige Gedanken gemacht, worüber ich heute reden kann. Ich denke, einige besuchen vielleicht öfters mal die Internetseite und haben dann vielleicht schon einige Vorträge gesehen, die wir gemacht haben in verschiedenen Städten in Deutschland. Und ich habe einen Vortrag schon mal gemacht, das ist, was hast du für Islam getan? Vielleicht hat ihn schon der eine oder andere gesehen, aber ich denke, dass dieser Vortrag ist, auch werde es ihn einfach nochmal zu wiederholen. Weil man sich wirklich immer wieder in Erinnerung rufen muss, was der Islam für einen für eine Bedeutung hat. Dass der Islam für einen das A und O ist. Denn viele Leute von uns sind sich gar nicht bewusst, was der Islam, was diese Religion für eine Niama, für eine Gabe vom allmächtigen Gott für uns ist. Viele Menschen, sie heißen Ahmed oder Mehmet oder Mustafa oder Fatima oder je nachdem, was für ein islamischer Name war, aber es ist leider in dieser Zeit nicht mehr viel übrig geblieben von der Religion außer dem Namen. Gebet? Nein. Gebet? Nein. Fasten? Nein. Hijab? Nein. Nichts. Und der Große... Noch lauter. Ich muss ja schreien. So? Ja. Okay. Also, wie gesagt, viele Menschen, viele Leute, die sich Muslimen nennen in diesem Land, es ist nicht viel von der Religion übrig geblieben, von dem Islam. Es ist nicht viel übrig geblieben, außer der Name. Woran liegt das? Woran liegt das? Dass eine Sache, woran das liegt, ist, dass man sich nicht bewusst ist, was diese Religion für einen für eine Bedeutung hat. Und der zweite Grund ist, oder zumindest der zweite Grund, den ich kenne, ist, dass man sich nicht bewusst ist, was im Jenseits mit jemandem passiert. Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, und wenn man sagt, der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, dann sollte man wirklich die Ohren spitzen. Wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, höre, der Vater sagt was, dem Vater sollte man zuhören und Respekt haben vor dem Vater. Wenn man hört, der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, dann muss ein Muslim aufmerksam zuhören und versuchen, das, was der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, zu speichern und das in die Tat umzusetzen. Denn Allah sagt im Koran, Oh, ihr, die ihr glaubt, erhebt eure Stimmen nicht über die Stimme des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, Die der Gesandte Allah sagt, sallallahu alaihi wa sallam, meine ganze Ummah wird in das Paradies gehen, außer diejenigen, die sich weigern. Was würdest du sagen, wenn du das hören würdest? Du würdest wahrscheinlich ungefähr dasselbe fragen, was die Sahaba gesagt haben. Sie sagen, Ja, Resulullah, Ja, Gesandte Allahs, Wer weigert sich in Jannah zu gehen? Denn du weißt, was ist Jannah? Es ist die beste Welt, Wo Allah subhanahu wa ta'ala im heiligen Hadith sagt, Enni adattu li'ibari salahina ma la'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Ich habe für meine Rechtschaft Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das ist das Jannah. Das ist das Paradies. Wer will dahin? Da will jeder hin. Und was ist die Alternative für das Paradies? Ein Narr. Das Feuer. Nicht wie irgendein Feuer, 70 mal heißer als das heißeste Feuer der Welt. Heißeste Feuer auf der Erde. Das heißeste Feuer der Welt ist nicht, wenn du zum Pizzabäcker gehst und guckst in den Backofen rein, sondern vielleicht ein Vulkan. 70 mal heißer. Und derjenige, der da reingeht, der wird nicht nach einer Minute verbrennen oder dann ist es mit ihm vorbei, sondern seine Häute werden immer wieder ausgetauscht für alle Ewigkeit. Das ist die Alternative. Und Subhanallah, Aisha radiallahu anha, die hat auch gesagt, wäre das Erste, was vom Koran herabgesandt worden ist, wäre das gewesen, ihr sollt keine Unzucht begehen. Die Leute hätten weiter Unzucht gemacht. Wäre das Erste, was vom Koran herabgesandt worden wäre, wäre das gewesen, du sollst keinen Alkohol trinken, die Leute hätten weiter Alkohol getrunken. Aber was kam mit den ersten Suchen? Mit den ersten Suchen kam die Ermahnung. Die Ermahnung für das Jenseits. Dass es ein Jenseits geben wird. Dass es einen jüngsten Tag geben wird. Dass die Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Das war ganz am Anfang. Jetzt, was ist die Antwort vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, als die Sahaba gefragt haben, alle werden ins Paradies gehen, außer diejenigen, die sich weigern. Als sie fragen, wer weigert sich denn? Weigert sich hier jemand? Weigert sich jemand auf der Welt ins Paradies zu gehen? Es gibt Leute, die sich weigern. Wer? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer mir gehorcht, und der spricht hier in Vergangenheitsform, der ist schon im Jannah. Der ist schon im Paradies. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht hier in arabischer Grammatik in Vergangenheitsform, dass das ganz sicher ist. Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn, Allah. Was ist dieser gewaltigste Gewinn? Das Paradies. Er sagt, wer mir gehorcht, der kommt ins Paradies. Und wer mir nicht gehorcht, wer mir ungehorsam ist, der hat sich schon widersetzt. Subhanallah, als wenn es schon feststeht. Und Subhanallah, du fragst dich als erstes, wenn du diesen Hadith hörst, fragst du dich, wer ist hier mit Ummah gemeint? Meine ganze Ummah wird ins Paradies gehen. Weil Ummah gibt es verschiedene Erklärungen für, verschiedene Definitionen für Ummah. Eine Definition ist für Ummah, die Ummah Islamiyah, die Ummah, die die Botschaft angenommen hat. Und eine andere Definition ist, die Ummah, die Ummah, die aufgerufen wird, die dazu aufgerufen wird, an den Propheten Mohammed, zu glauben. Und Subhanallah, in diesem Hadith, dieser Hadith, der umfasst alle beide Gruppen. Als allererstes, umfasst dieser Hadith, diejenigen, die den Islam nicht annehmen. ganz deutlicher Fall. Allah sagt im Koran, und diesen Vers, den soll man sich richtig hinter die Ohren schmieren. Er sagt, wer eine andere Region als dem Islam begehrt, die wird von ihm niemals angenommen werden. und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und mit denen zusammen ins Paradies rein, die Juden und die Christen, die heute leben. Subhanallah. Ja, der hat das ja gesagt, der Mann, der muss ja Bescheid wissen. Wir sagen, unser Maßstab ist nicht, was hat irgendein Mensch gesagt, sondern unser Maßstab ist, was steht im Koran, und was sagt der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wassallam. Das ist unser Maßstab. Und du wirst sehen, dass die Menschen, die andere Menschen in die Irre leiten wollen, die kommen auch mit Beweisen von Koran und Sunnah. Die bringen die Beweise, aber nicht an den richtigen Ort. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surt al-Pakarra, in der zweiten Sura, die Sura di Kuh, sagt er, inna alladhina amanu walladhina hadu wa nasara wa saba'ina men amanu billahi wabalyaum al-akhir wa amila salihan falahuhum falahuhum ajaruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Diejenigen, die glauben, und die Juden, und die Christen, und die Sabir, alle die, die an Allah glauben, und den jüngsten Tag, und gute Werke tun, die werden ihren Lohn bei Allah haben, und werden keine Angst haben, werden nicht traurig sein. Subhanallah, aber wie müssen wir Koran verstehen? Wie müssen wir Koran verstehen? Wir müssen Koran erstmal verstehen. Koran erklärt jetzt allererstes mit Koran. Es kommt ein Vers hier, ein anderer Vers, kommt an einer anderen Stelle. Es wird zum Beispiel im Koran erwähnt, dass diejenigen erfolgreich sind, die ihren Iman nicht mit Wulm vermischen. Wulm heißt Ungerechtigkeit auf Arabisch. Ungerechtigkeit gibt es viele verschiedene Arten von Ungerechtigkeit. Da waren die Sahaba nervös gewesen, die haben gesagt, wie, Wulm? Weil jeder macht irgendwie vielleicht eine kleine Art von Wulm. Vielleicht macht er nur eine kleine Art von Wulm sich selber gegenüber. Also Wulm kann man verschieden verstehen. Das wäre beispielsweise schon Wulm für dich, also Ungerechtigkeit deiner Seele gegenüber, wenn er vielleicht einige Nawafil-Taten auslässt. In diesem Sinne, ja. Aber dann geht der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, erklärt das, macht sich auf ein Koranfest aufmerksam, wo Allah sagt, Der Schirk ist ein gewaltiger Thulm. Eine gewaltige Ungerechtigkeit. Spannend. Deswegen, Koran erklärt das allererstes mit Koran. Als zweites, erklärt sich der Koran, dort wird der Koran erklärt vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist der Koran. Allah sagt in Surah 16, Vers 44, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَنْ نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, verdeutlicht, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Praktische Beispiele, haben wir tausend im Koran. Beispielsweise steht im Koran, اَقِيمُ السَّلَا steht zum Gebet. Okay, wie stehst du im Gebet? Stehst du im Gebet so? Nein, der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam zeigt, genau wie du stehen sollst, indem er sagt, سَلُّ كَامَرَا عَيْتُمُونِيُّ سَلِّي Im Gebet steht, im Koran steht, وَلِلَّهِ عَلَىٰ نَاسِ حِجْجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَةَ إِلَيْهِ سَبِيلَ Für Allah obliegt es den Menschen, die Hatsch, die Pilgerfahrt zum Haus zu machen. Wie machst du die Pilgerfahrt? Wann machst du die Pilgerfahrt? Wann stehst du am Berg von Arafah? Wie viele Steine wirfst du? Wie viele Runden machst du um die Kaaba? Wie viele Tawaf? Wo steht das? In der Sunnah. Wie viele Zakaar gibst du? Soll mir einer einen Vers zeigen im Koran, dass man 2,5% Zakaar gibt. Steht nirgendwo. Das heißt, die Sunnah erklärt den Koran. Jetzt, um das noch enger zu machen, wir hatten jetzt hier den Koran, da können dann verschiedene Leute kommen und das irgendwie umdrehen, wie es in ihre Launen passt. Jetzt haben wir die zweite Sache, haben wir gesagt, die Sunnah erklärt den Koran. Richtig? Jetzt kommt die nächste Sache, wie man das zu verstehen hat, nach dem Verständnis, wie die Gefährten des Propheten Mohammed, die es verstanden haben. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist der Koran. Denn Allah sagt im Koran, für jemanden, der nicht an die Sunnah glaubt, wenn er in Sunnah wird, das ist sowieso noch ganz verdeutlicht. Zum Beispiel sagt der Prophet, in einem Hadith, dort sagt er, Anderer Hadith. Der sagt, Wer von euch lebt, Wer von euch lebt, der wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Aha. Und was ist die Lösung? Übrigens, Fragen beantworten wir nachher auf Zettel. Also wer Fragen haben will, soll es aufschreiben. Ja, hier hat einer falsch gepackt. HH, also Hansestadt Hamburg, MS 901. Opel Corsa. Und hier Hansestadt Hamburg, HS 901, und Hansestadt Hamburg, FY 448, und MR, weißt du, was das ist? PS 2, PS? Ja, müsste PS sein. 20. Ja. So. Der Prophet Sassim sagt, diese Ummah wird sich, es wird Meinungsverschiedenheiten geben. Und Allah lobt im Koran immer die Einheit der Muslime. Deswegen möge Allah uns einig machen. Amin. Und er tadelt die Uneinigkeit. Er sagt beispielsweise, Haltet am Seil Allahs gemeinsam fest und unterscheidet euch nicht. Und viele andere Verse in diesem Sinne. Jetzt sagt der Prophet Sasselm, es wird viele Meinungsverschiedenheiten unter euch geben. Was sagt er? Was ist die Lösung? Das ist, was der Prophet Sasselm gesagt hat. Und so was wir immer in der Khutbah hören. Jetzt sind wir dazu gekommen, wir sagen, der Koran, da kann jeder seinen Senf irgendwie, was heißt, in bestimmten Sinne kann er das verbiegen. Wenn dann die Sunnah dazukommen, dann muss es im Lichte der Sunnah verstehen, wird das alles sehr eng. Wenn dann noch das Verständnis der Sahaba dazukommt, dann hat er verloren. Und wo ist der Beweis im Koran, dass wir dem Verständnis der Gläubigen folgen müssen, die zur damaligen Zeit waren? Surah 4, Vers 114. Wer sich dem Gesandten entgegengesetzt, nachdem ihm die Botschaft klar geworden ist und einem anderen Weg als dem Weg der Gläubigen folgt, dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat und den werden wir in der Hölle schmoren lassen. Übel ist das Ende. Andere Stelle, Surah 2, Vers 137. Und wer sind die Gläubigen? Das sind die, die mit dem Propheten zusammen waren. An anderer Stelle sagt er, wie gesagt, wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, direkte Ansprache, dann sind sie rechtgeleitet. An anderer Stelle sagt Allah, in Surah 9, Vers 100 müsste das sein. Wasabikun al-Awwalun min al-Muhajirine wal-Ansar. Die Vorauseilen, die also die Vorausgegangenen von den Muhajirun und von den Ansar. Und danach sagt er, wal-lazina etabahum bi-Ihsan. Und diejenigen, die ihnen, also mit Ihsan folgen, in Güte folgen, radiallahu annum wa radu'an. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Das ist die, die Allah lobt. Und in diesem Sinne gebe ich ein kurzes Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran beispielsweise, ma kana muhammadun aba ahaddi mir rajalikum walakin rasulallah wa khatam nabiyin. Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, ist nicht der Vater einer eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und Khatam, das Siegel der Propheten. So, jetzt gibt es einige Sekten im Islam, die sagen, nein, da kam danach noch ein Prophet. Wir verstehen den Vers anders. Haben zwar alle anderen verstanden, Khatam nabiyin heißt, danach kommt kein neuer Prophet. Dann sagt der Prophet, der Prophet sagt im Koran, dass er der letzte Prophet ist. Allah sagt im Koran, dies, ich habe eure Religion vervollkommnet. Also du hast schon der Koran, ist schon der Beweis. Dann kommt die Sunna, wo der Prophet sagt, er ist der letzte Prophet, es kommt keiner mehr danach. Noch ein Beweis. Er wird das versuchen zu verdrehen. Die Sunna wird da sagen, naja, der Bukhari kam 250 Jahre später, was totaler Quatsch ist, da können wir ein anderer mal drüber sprechen. Weil Bukhari, war nicht der Erste, der die Sunna aufgeschrieben hat. Das ist auch ein Missverständnis, was viele Leute haben, sondern er war derjenige, die die Sunna gesammelt hat. Schon viele Leute haben vorher die Sunna aufgeschrieben. in ihren persönlichen Notizen der größte Beweis ist, Hamam ibn Munabbi, Rahimallah, ein Schüler von Abu Hurera, der, wo man in diesem Jahrhundert eine Sahifa von ihm gefunden hat, eine Notiz sozusagen von Hadithen, die alle in Bukhari mussten, mussten von Imam Ahmed gefunden werden. Das nur kurz dazu, weil einige sagen, ja, Hadithen sind 250 Jahre später aufgeschrieben worden. Das ist erstmal sowieso nicht korrekt die Aussage. Sondern es gab viele verschiedene Notizen, aber die sind absorbiert worden in das Buch von Bukhari, Muslim und so weiter und die anderen Ashabu Sunnan und so weiter. Das ist nicht das Thema. Wie gesagt, nur die sagen, die verleugnen die Sunna. In diesem Sinne. Ja, sagen, ja, muss Sunna folgen, aber das ist bestimmt unkorrekt. Okay, jetzt kommen wir mit was anderem. Jetzt kommen wir mit dem Verständnis von den ersten Generationen. Jetzt sagen wir zu dir, du sagst, es kommt noch ein Prophet im 19. Jahrhundert, der in Pakistan auftritt. Kein Problem. Kein Problem. Gib mir einen einzigen Gelehrten. Einen Tafmufessir, einen, der den Koran erklärt hat. Einen von den Aymal Arba. Gib mir einen, der gesagt hat, es kommt irgendwann noch mal ein Prophet, der Mahdi. Der sich dann Mahdi nennt. Als Prophet. Gib mir einen. Keinen findest du. Das heißt, deine Religion ist neu erfunden. Das heißt, keiner hat davor den Koran verstanden. Alle Mufessirun haben verstanden, die von Sahaba, die von Terba'in, das heißt, von den Gefährten des Propheten und von den Gefährten der Gefährten und von den Gefährten der Gefährten der Gefährten. Gelehrt haben, haben alle verstanden, dass mit Khatam Nabi'in der letzte Prophet gemeint ist und das mit dem Prophet Ahmed gemeint ist, Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam und du kommst heute an und sagst, warte mal, aber bei uns gibt es einen, der heißt Ahmed in Pakistan, der ist der letzte Prophet der Ummah und wir drehen jetzt alles um. Das heißt, hier hat er verloren. Das heißt, mit Koran versucht er sich noch raus, versucht er umzubiegen. Sunnah leugnet er. Jetzt hat er verloren. Und das ist, wie man das richtige Verständnis hat. So, wenn der Prophet sallallahu aleyhi wa sallam sagt, alle von meiner Ummah kommen ins Paradies, außer wer leugnet, ja, wir haben erstmal gesagt, wenn jetzt heute jemand kommt, der sagt, ja, Juden und Christen sind auch auf dem richtigen Weg, wir kommen jetzt mit der Sunnah, wir sagen, was sagt der Prophet sallallahu aleyhi wa sallam im Sahih Muslim, la yismi'u bi, ahadu min havi ummah, la yahudiun wa la nasraniun, fumma yamutu wa lam yukmi bi la vi ursiltu bi, illa kana min ashabi nar. Keiner von dieser Ummah hört von mir. Das ist Ummah tu da'wah. Das heißt, die Gemeinschaft, die jetzt kommt, bis zum Yom Kriyama, die die Da'wah, die den Aufruf vom Propheten Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam hört. Dann erwähnt er, extra um es nochmal deutlich zu machen, kein Jude und kein Christ. Und stirbt dann und glaubt nicht, womit ich gekommen bin, außer dass er zu den Leuten des Feuers gehört. Das heißt, wenn jemand hört von dem Propheten Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam und er glaubt nicht daran, womit er gekommen ist, fakat abba, hat er sich geweigert. Wie ist es jetzt mit einem Muslim? Wird der Muslim auch, kommt der Muslim auch in den Hadith rein? Wird er auch von diesem Hadith vom Propheten Mohammed sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallam umfasst, wo der Prophet sagt, wer sich weigert, kommt nicht ins Paradies. Ja. Denn wir wissen beispielsweise, wer mit Zauhid stirbt, wer stirbt als Muwahid, dass Allah alleine dient, aber er hat große, also dass er keinen großen Schirk gemacht hat und keinen großen Kuffer, ja. Er glaubt an den Koran, er glaubt an die Sunna, er betet nur Allah alleine an, keinen Heiligen, keinen Propheten oder so. Er kommt ins Paradies, aber wenn er große Sünden gemacht hat oder auch für andere Sünden, es kann sein, und das wird von vielen Hadiths, wird das bestätigt, dass er erst mal in die Hölle kommen kann und kommt dann nachher raus aus der Hölle. Das ist etwas, was von vielen Hadiths bestätigt wird. Jetzt. In diesem Sinne hast du dich bei allem und das ist das Bewusstsein, was wir haben müssen. Das Bewusstsein, was wir aus diesem Hadith herausnehmen müssen, weil wir nehmen die Hadith, die Ausbrüche vom Propheten, nicht wie einige Leute, Tabarroken, ja, die lesen Bukhari im Ramadan auswendig, durch, dann sitzt der Schirk vorne und sagt, na, na, die lesen Bukhari, ja, damit sie Tabarroken haben, Segen dadurch haben, ja, das ist ein Segen, diese Hadiths zu lesen, keine Frage, ja, und die nehmen keinen einzigen Hukum, kein einziges Urteil, keine einzige Faida aus diesem Hadiths raus, sondern wir wollen eine Faida, Faida heißt nutzen, aus diesen Hadiths rausziehen. Das heißt für uns, du musst das Bewusstsein haben, dass jede Tat, die du machst, um dich selber zu ermahnen, dass du dich dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, widersetzt. Und was sagt Allah im Koran? Es geziemt einem gläubigen Mann und gläubigen Frauen nicht, wenn Allah und sein Gesandter etwas bestimmt haben, in einer Sache, das ist Halal, das ist Haram, dass sie in dieser Sache eine Wahl haben. Und wer sich Allah und dem Gesandter widersetzt, der ist im deutlichen Irrtum. Hier spricht Allah die Gläubigen an. Hier spricht Allah die Gläubigen an. وَمَيْيَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَّلَّ دَلَى لِمُبِينَ Wer sich Allah und seinem Gesandter widersetzt, dasselbe Verb. Dasselbe Verb wie in dem Hadith. Hier in diesem Ayat sagt Allah, وَمَيْيَعْسِي فَقَدْلَى لِمُبِينَ Und wer sich mir widersetzt, der hat sich geweigert, ins Paradies zu gehen. Deswegen das Beweis, den dieses Bewusstsein sollte man haben, dass man dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gehorcht. Worin gehorchtst du ihm? Worin gehorchtst du dem Propheten? Als allererstes das Wichtigste, was ist die gewaltigste Eigenschaft, mit der die Gläubigen im Koran beschrieben werden? Was ist die gewaltigste Eigenschaft? Dass sie beten, dass sie fasten. Die gewaltigste Eigenschaft ist, Allah sagt im Koran, أَلِفْ لَمِيم وَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَّلِّ الْمُتَّقِّينَ Was kommt dann? أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Diejenigen, die an das Verborgene glauben. Das heißt, deine gewaltigste Tat ist erstmal, dass du von deinem Glaubensinhalten dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gehorcht. Dass du daran glaubst, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, berichtet hat. Der Prophet, Allah sagt im Koran, قُلْ Der Prophet soll so sprechen. Sprich, sprich. يَأَيُوَ النَّاسِ اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا Ich bin der Gesandte Allah zu euch allen. Nicht zu den Türken, nicht zu den Afghanen, nicht zu den Arabern, nicht zu den Deutschen, zu allen Menschen. Zu allen Menschen. Nicht wie zum Beispiel in der Bibel steht, wo Jesus angeblich gesagt haben soll, Matthäus 15, Vers 24, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schaffern aus Israel. Denn alle Propheten vorher wurden zu bestimmten Völkern gesandt, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde zu allen Völkern gesandt. Jetzt, was kommt danach? Ich bin der Gesandte Allah zu euch allen. So glaubt an Allah und sein Gesandten. Was ist der Glaube an den Gesandten? Ja, ich glaube, da war mal ein Gesandter. Nein. Der Glaube an den Gesandten ist, dass du an alles glaubst, was der Gesandte dir berichtet. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es gibt Adabu al-Kabar, dass er an einem Grab vorbeigegangen ist, wo Leute im Grab sind und er legt einen Zweig drauf und sagt, dass die Strafe vom Grab für sie, dass sie im Grab bestraft werden wegen zwei Sachen. Der eine hat Lügen verbreitet und der andere hat sich nicht richtig beim Urinieren sauber gemacht. Oder dass der Prophet im Traum geführt wird, wo Leute bestraft werden. Sie werden bestraft. Der eine hat sein Wissen nicht genutzt, ihm wird ein Stein auf den Kopf geworfen, der Stein rollt weg. In dem Moment, wo der Stein wegrollt, setzt sich sein Kopf wieder zusammen, dann wird der Stein wieder drauf geworfen. Der andere, ihm wird ein Haken durch den Mund gezogen. Der andere, der Zinsen genommen hat, ihm werden Steine in den Mund geworfen, er ist in einem Wasser und so weiter und so fort. Viele Sachen. Der Prophet sieht, wie Leute in einem Ofen sind, der oben spitz ist und unten weit, wo die Leute drin sind, die Sina gemacht haben. Subhanallah. Immer wenn die Hitze aufsteigt, kommen sie oben fast an der Decke raus. Das sind alles Hadithe vom Prophet was sagt der Prophet und das ist eine von den Wajibat im Anbali Madhab im Gebet, dass du sagst Nachdem du Salat al-Ibrahimiyah gemacht hast, Allahumma in ya'udhu bika min azabi jahennema wa min azabi al-kabri wa min fitna til mahya wal mamad wa min sharima sida jajal. Der Prophet hat es gesagt, was sagst du also? Es gibt azabi al-kabar. Nicht, weil dir nicht vorstellen kannst, wie können zwei Engel ins Grab reinkommen? Du bist sowieso auf einer anderen Welt jetzt. Zum Beispiel sagt der Prophet dass die Brücke, die über die Hölle geht, Asirat, ist dünner als ein Haar und schärfer als ein Schwert. Dünner als ein Haar, schärfer als ein Schwert. Wie geht das denn? So denken einige Leute. Bruder, du bist im Jenseits. Die Naturgesetze, die du hast, die gelten nicht mehr im Jenseits. Warum gehst du auf den Boden? Warum gehst du nicht mit den Füßen an der Decke? Bruder, ist weil Allah das so gewollt hat. Warum leben wir dreidimensional oder beziehungsweise vierseidimensional Zeit? Warum gibt es Zeit? Allah hat die Zeit erschaffen. Ist Allah von der Zeit abhängig? Nein. Wir kennen Höhe, Weite, Breite, ja, dreidimensional. Ist Allah vom Raum abhängig? Nein. Subhanallah, Allah ist über deine Vorstellungskraft. Nichts ist im Gleichen, der ist der Allhörende, der Allsehende. Subhanallah. Jetzt. Und die Leute sagen zum Beispiel, wieder kommen zwei Engel ins Grab, die fragen einen ab und so weiter und so fort. Wie will das gehen? Wie kommt der Engel ins Grab? Bruder, du bist in einer anderen Welt. Du musst das, was der Prophet, das ist Iman Bilreib. Das ist der Glaube an das Verborgene, dass du an das glaubst, was der Prophet jetzt aus seinem berichtet hat und nicht fragst hin und her. Zum Beispiel, Subhanallah, der Prophet sagt in einem Hadith, da sagt er, dass wenn eine Flieg ins Getränke gefallen ist und du willst das noch trinken, du sollst es untertauchen, weil in dem einen Flügel ist die Medizin für die Krankheit im anderen Flügel. Dass dann einer gehört, hat gesagt, Bukhari, der Hadith, hat gesagt, so ein Hadith, was ist das für ein Hadith hier? Nee, nee, kann nicht sahih sein, das ist falsch, verkehrt. Plötzlich kommt ein Arzt, der findet raus, Subhanallah, da gibt es in dem einen Flügel wirklich das Heilmittel, irgendwelche Antikörper für die Krankheit, die im anderen Flügel sind. Da hat er gesagt, boah, was für ein Wunder in dem Hadith. Da fing er so an. Achso, dem Propheten glaubst du nicht, aber dem Doktor glaubst du, oder wie dem Forscher. Subhanallah, das ist unsere Krankheit. Achso, deswegen als allererstes, dass du an das glaubst, was der Prophet ist. Das ist das Erste, dass du dich nicht weigerst und dass du verstehst, dass das, was Allah berichtet und das, was der Gesandte berichtet, dass das die Wahrheit ist. Auch wenn du vielleicht nicht alles mit deinem kleinen Verstand verstehen kannst. Weil das wundert uns gar nicht, weil Allah sagt ja auch im Koran, Sie können nur von dem Wissen von ihm erfassen, das, was er will. Und die nächste Sache natürlich, wenn du sagst, du glaubst an den Propheten Mohammed, dass du Allah so dienst, wie der Propheten Mohammed, das er gezeigt hat. Wir sind kein Wunschkonzert. Islam ist das System, Allah hat dich erschaffen, damit du ihm dienst. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّ الْيَعْبَدُونَ Ich habe Menschen und Jinn erschaffen, nur damit sie mir dienen. Und, wenn er dich dazu erschaffen hat, damit du ihm dienst, dann zeigt er dir natürlich auch, wie du ihm dienst, oder? Beispielsweise, wenn du zum Arbeitgeber gehst, ja, du sollst in einem Laden, in einem Geschäft arbeiten, ja, ist unvorstellbar, dass der Arbeitgeber dich arbeiten lässt, wie du willst. Du musst so arbeiten, wie der will. Du kannst beispielsweise nicht mit der McDonald's, würdest du in den Burger King arbeiten gehen, ja, funktioniert nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir genau gezeigt, wie du ihm dienen musst und wie du ihm zu dienen hast. Und da siehst du zum Beispiel, subhanallah, wir denken manchmal, und da möchte ich auf eine Sache aufmerksam machen, ein großer Fehler als Nasihah. Manchmal gehen wir in irgendeine Moschee rein, es kam zum Beispiel letzte Woche, bei einem Vortrag kam nachher ein türkischer Bruder zu mir, der also sonst immer in der türkischen Moschee gebetet hat. Da sagt er, ja, ich bin jetzt hier in der marokkanischen Moschee, die beten ganz anders. Und er ist total, er ist total, sehr durcheinander gewesen dadurch, ja. Er sagt, guck mal, wir haben die Hände hier, sie haben die Hände hier, wir gehen zuerst mit den Knie auf den Boden, die gehen zuerst mit den Händen auf den Boden. Ja, wie kommt das denn? Wie ist da? Wie kommt das, wie kommen diese Sachen? War total durcheinander. Ich habe gesagt, Alhamdulillah, kein Problem. Ob du die Hände hier hast oder hier, Alhamdulillah, Gebet ist akzeptiert. Ob du erst mit den Knien auf den Boden gehst, du erst mit den Händen, das Gebet ist akzeptiert. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Wir sehen unsere kleinen Sachen, natürlich, wir versuchen, das Beste zu machen. Aber wir sehen manchmal solche kleine Sachen als riesen Meinungsunterschiede. Ist das eine große Meinungsverschiedenheit, ob du den Finger so hältst im Gebet oder ob du so machst oder ob du ihn so bewegst oder so, ist das ein großer Unterschied? Nein. Das heißt nicht, dass wir nicht darüber diskutieren können, was besser ist, Inschallah. Aber wir müssen unterscheiden können, was ist wichtig und was ist wichtiger. Ich kenne manche Brüder, subhanallah, möge Allah sie belohnen, die sitzen den ganzen Tag in der Moschee und sind sich über die Furur. Furur, das heißt, die Zweige in der Religion am Unterhalten. Gehst du zuerst auf die Knie, gehst du erst dies, das. Es ist nicht schlecht, dass man darüber mal redet, aber zur selben Zeit vergessen sie, dass draußen tausende Jugendliche sind, die nicht beten. Tausende Kufar leben, die gar nicht im Islam drin sind. Und jetzt, da kommen auch einige Juden und Christen oder einige, die Islam schlecht machen wollen, die sagen, guckt mal, bei euch Muslimen gibt es so viele Meinungsverschiedenheiten. Der eine hat die Hände hier, der andere hier. Mashallah, Meinungsverschiedenheiten. Mashallah, ihr wisst gar nicht, wie ihr es da gebetet habt. Bei uns, wir wissen wenigstens, wie der gestanden hat und hier ist, das ist der Bereich, ihr wisst überhaupt nicht, ihr betet einfach so. Der eine, der macht so, der andere spielt Orgel, der andere spielt Geige, der andere macht dies, der andere Hafe. Verstehst du manchmal, ne? Ja. Das heißt, da weiß gar keiner mehr, wie überhaupt da gebetet werden soll. Ich habe mit einer Frau von Zeugen Jehovas auf der Straße geredet. Ich habe sie gesagt, man muss Gott dienen, oder? Selbes Schema. Meint sie, ja, ja, klar, so. Okay, wenn man Gott dienen muss, ist doch das Beste, wir nehmen uns die Propheten als Vorbild, oder? So wie die gebetet haben. Wie beten sie denn? Ja, so und so, ne? Die Hände so am Falten. Okay, aber Esa, laut eurer Bibel, an die ihr glaubt, wo ihr glaubt, die ist unverfälscht, betet Matthäus, 26, Vers 39, und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zum Allmächtigen Gott, zu dem wir beten. Wie? So wie die Muslime beten. Also, warum betet ihr nicht so wie die Muslime? Subhanallah, habe ich mir eine neue Erkenntnis bekommen, hat ihr gesagt, ja, aber wir haben ja auch einen anderen Propheten im Alten Testament, der hat anders gebetet. Und betet ihr so wie der? Ne, so beten wir auch nicht. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Wie hat er denn gebetet? Wie hat er denn gebetet? Pass auf jetzt. Wie hat er denn gebetet? Ja, der hat so gebetet. Der hat die Hände zum Himmel gehoben. Alhamdulillah. Wer betet so? Die Muslime beten so. Alhamdulillah. Das zeigt, dass wir, Alhamdulillah, der Religion der Propheten folgen. Ja? Wir müssen harper uns